Hallo Leute, wie versprochen zeige ich euch den zweiten Teil meines Acrylglasgehäuses. Heute werde ich das Gehäuse auseinander bauen und auf die einzelnen Teile etwas genauer eingehen. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr über einen Like freuen. Ihr könnt natürlich auch unten in den Kommentaren eure Fragen stellen. Ich versuche immer auf alle Fragen einzugehen und sie so gut wie möglich zu beantworten. Aber lasst uns keine Zeit verlieren, fangen wir einfach mal an. Zuerst nehmen wir die zwei Seitenscheiben ab. Zwei rechteckige Platten in 5 mm mit jeweils vier Löchern drin. Als nächstes wird die 90 Grad gebogene Staubblende entfernt. Die 20 mm Abstandsröhrchen klemmen zwischen Gehäuse und Blende fest. Jetzt wird die weiße Blende hinten und die schwarze Blende vor dem Netzteil entfernt. Die zwei Teile sorgen dafür, dass man das ganze Kabel-Kaos nicht sieht. Die Netzteilblende ist auch aus weißem Acrylglas. Ich habe sie nur schwarz lackiert, passt von der Optik her besser zum Netzteil. Jetzt wird es interessanter. Die zwei Schrauben der weißen Seitenwand klemmen die Grafikkarte zusätzlich fest. An der weißen Platte ist auch eine leichte Aussparung von ungefähr einem Millimeter, damit die zwei Nasen der Grafikkarte Platz haben. Beim Herausziehen der Grafikkarte kann man gut erkennen, dass das Hochkantrechteck leider einen Millimeter zu schmal ist. Jetzt noch das Netzteil raus und die Wasserkühlung vom Mainboard trennen. Das Mainboard wird wie bei jedem anderen Gehäuse einfach ausgeschraubt. Jetzt haben wir alle Komponenten so weit ausgebaut, dass wir mit dem Zerlegen des Gehäuses beginnen können. Bauteil Nummer 1, die obere Gehäuseabdeckung Hier kann man jetzt zum ersten Mal gut erkennen, dass die Lüfter, also die Hardware, zusammen mit dem Gehäusebauteil fest verbunden sind. Die Schrauben gehen sozusagen durch drei Schichten und halten mit den M4-Schrauben alle zusammen. Wenn alle drei Lüfte entfernt wurden, kann man den 8 mm Acrylglasrahmen erkennen. Er fungiert als Abstandsrahmen zum Gehäuseoberteil. Warum einen Abstandsrahmen? Ich meine, dass die Lüfter zu den Hexagonen ein bisschen Platz benötigen. Wenn die Lüfter direkt an das Gehäuse angeschraubt werden, können durch die Luftverwirbelungen Geräusche entstehen. Und ich mag keine Geräusche. Alle Hexagone und Löcher auf den Oberflächen wurden gelasert. Die Löcher an den Stirnseiten wurden nachträglich gebohrt. Wenn man das Gehäuseoberteil schräg betrachtet, kommt der 3D-Effekt der Hexagone gut zur Geltung. Bauteil Nummer 2, Gehäusefront. Der Gehäusefront schaute so ähnlich aus wie bei der oberen Gehäuseabdeckung. Die Bauteile sind fast identisch. Wenn man so möchte, gehen in diesem Fall alle Schrauben durch vier Schichten. Gleiches Prinzip, nur dass die Muttern durch den Radiator ersetzt worden sind. Wenn der Radiator entfernt wurde, kann man den ganzen Verbund wieder auflösen. Der Abstandsrahmen ist der gleiche wie oben. Außer den Maßen und der Platzierung der Bohrungen gibt es kaum Unterschiede. Das einzige Wichtige ist die Stärke. Wegen den seitlichen Bohrungen beträgt die Materialstärke bei der oberen Gehäuseabdeckung 10 mm. Bei der Gehäusefront beträgt die Materialstärke nur 8 mm. Die Position der Hexagone habe ich bei der Front leicht nach unten gesetzt. Der Platz von den oberen Lüftern zum Radiator wäre sonst zu knapp geworden. Bauteil Nummer 3, Rückseite. Die Rückseite war mitunter der schwierigste Bauteil. Zum einen die Anordnung der Backblade vom Mainboard und zum anderen der Ausschnitt von der Grafikkarte. Ich hatte auch zwei Fehlversuche. Einmal konnte ich die Grafikkarte nicht einsetzen und beim zweiten Versuch war kein Platz mehr für den Powerbutton. Ihr seht hier also Rückseite Nummer 3. Die Rückseite ist wie die Vorderseite 8 mm stark. Die vier Lochbohrungen zum Anschrauben an die oberen Unterseite sind identisch. Nur die Anordnung der Hexagone und der Ausschnitt ist anders. Bauteil Nummer 4, der Boden. Zum Boden gibt es nicht viel zu sagen. Die Materialstärke beträgt wegen dem Gewicht des Gehäuses und der Stabilität 15 mm. Die angeschraubten Füße haben eine Stärke von 20 mm. Die Füße habe ich auch leicht nach außen überstehen lassen, damit die Vorder- und Rückseite des Gehäuses 3 mm aufstehen. So kann sich das ganze Gewicht besser verteilen. Bauteil Nummer 5, die Mainboard-Platte. Die Mainboard-Platte besteht aus zwei Teilen. Einer weißen Sichtschutzplatte für die Kabel und der weißen Montageplatte für das Mainboard. Der Abstand zwischen beiden Platten beträgt 15 mm, also sehr schmal. Die Länge der Abstandshalter für das Mainboard beträgt nur 8 mm. Das Material aller Abstandshalter besteht aus schwarzem Nylon. Die drei Ausschnitte dienen zur Durchführung der Kabel vom Netzteil und zum Mainboard. Hier seht ihr noch einmal genauer die Aussparung für die Grafikkarte. Bei so einem Case-Bild kann man nicht einfach alles auseinanderbauen. Man muss eine gewisse Reihenfolge einhalten, da die Hardware teilweise mit dem Gehäuse zusammengebaut wurde. So, im Großen und Ganzen war das alles, was ich euch zeigen wollte. Wie gesagt, ihr könnt in die Kommentare eure Fragen stellen. Ich versuche alles zu beantworten. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.